Musik Es gibt doch dieses alte Sprichwort, je später der Abend, je schöner die Gäste heute Abend trifft das nun wirklich zu. Drei süße Mädels sind noch bei uns zu Gast. Sie heißen Flirts und jetzt schauen wir uns zunächst mal einen Titel von Ihnen an. Er heißt Helpless. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020